How to open a bottle of wine Man sieht, der Korken hängt fest Lässt sich definitiv nicht bewegen Da kein Korkenzieher vorhanden ist, ist der Plan, ein Loch mit der Pfeile reinzubohren, um das Vakuum zu öffnen, um den Korken durchdrücken zu können Problem Die Pfeile hängt Dann probieren wir es nochmal mit dem Labello Wir werden feststellen, dass ich Einer mit Weinfalzen anwit Korkentier Korkentier am Start Korkentier Ah, nice Vorsicht, weil der spritzt, wenn er kommt, dann spritzt er Oh, der Wein schmeckt gut Ja, ne? Lass Korken Lass Korken Ah, fuck, Alter Ja, ganz Das dauert mich nur eins Ja, ne, mach ich jetzt Oder das ganze? Nein, mach ihr das, ich mein Rekker Ja Geht er noch weiter? There has to be a way! Schnaufe der Kamera mal! Was ist wichtiger? Hallo? Ja hallo! Auf jeden Fall man sieht es ist ein leckerer Argentinier! Arrrrrrrrrrr! Da steckt er der Sack! Wie steht es denn jetzt? Wie steht es denn jetzt? Wie steht es denn jetzt? Aber da kommt mehr Wein raus. Immer mehr Wein. Der muss da rein. Du machst da wieder raus. Nein, der muss da rein. Nicht raus. Rein. Ich hoffe nur, dass meine Batterie das nicht macht. Und wenn er drin ist, dann kommt er nie wieder raus. Der Motor lässt den Motor laufen. Hast du nicht irgendwas im Auto? Dann sollte ich keine Motoren machen. Und dann geht der Wein auf. Das ist nicht geil. Ja, aber normal ist der Radio. Nee, der kann nicht. Ja, der ist aber exzellent. Die Frage ist, dass ich beim Auto produzieren kann. Der Radio ist ganz gut drauf. Hm. No getting beyond this. Ah, jetzt kommen wir noch auf die Schnacken. Die riechen den leckeren Wein. Vielleicht machen die uns den Wein aus. Hm. Ich will jetzt noch mehr machen. Ich will jetzt noch mehr machen. Ich muss ja immer sein wie eine Katze. Ich muss ja immer sein wie eine Katze. Da dachte ich, komm Maria, schnurr. Und wenn ich das mit anderen war. Weißt du das nicht? Wir könnten doch irgendwie einen Acht finden, der genau da reinpasst. Und lang genug ist, dass wir ihm gegen ein Gebäude halten können und ich fahr dagegen. Und drückt das Ding rein halt. Also es mangelt nicht, dass ich hier in diesem Vorderleg. Du, wie macht man Pause? Okay, ich mach mal Pause. All right. Nein, nein! There is a possibility. Komm um dasだから weinens lässt sich auswaschen. Ist er drin? Ich glaub schon, das geht noch mal. Hahahahahahahahahaha. Weindusche Weinfalle! Questerfeld! Leck mich den Wein aus dem Gesicht! nicht Lecker Wo? Es schmeckt eher nach Wein Äh, schreit's mit, Eva Hab ich ihm vorhin ausgedrückt hab Noch geiler Wollte ich damit Auf den Spender Eva, gib mir mal Request Fulfiller Ja Ähm, gehen wir an einen anderen Fisch? So, da hätt ich mal ganz spontan vollgeschlagen Nein, was du? Bin Happy Day Dann drin hängt er, der Sack